YOLAI, hier ist WAMDIJUOMXT und diesmal mit... MASSAKER61 Yo, und wir spielen jetzt einfach mal weiter hier Tekken Tag Tournament 2 Michi, erzähl mal wie ich abgehe Buttonsmasher hier Aber das meiste ist auch geplant Ja, das meiste, ok Alter, wie lange das ladet Normal Nicht normal, nimm mal normal, nimm mal normal Ok, reicht schon Sag du mal Der Winner war Wie, drück X So, also wir machen das jetzt mit Brian, gell? Ja, ach, warte Ok, warte Offline Paar Spiel Drück Start, komm auf meine Seite Du nimmst Brian, ich nimm Jin Ok Toll, jetzt musst du wieder den Kontrollmen Ja, egal Hier Pumping Ok Dann präsentier ich euch mal einen Lähmungsstock hier Ja, und ich nehm die gleiche, ok, das ist nicht ganz die gleiche Egal Partnerste Ungefähr ähnlich Wie kommt Ja Kumpelblase Ja, du Schwuchtel Guck, sieht doch schon viel besser aus Ja Los geht's Da seht ihr jetzt die bessere Kleidung Und jetzt schießen wir mal auf Den Boxschwuchtel da Steve 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 aus den Ne Fox Sto, fällt 7 Und Chuck Und jetzt mal mit meinem Stock hier Ja, die Frage ist ob du triffst Boah Habt ihr meinen Elektrostock gesehen? Taser Ah Ey, Lawvision Stock in Musa Boah Weil der sich geduckt hat Alter, dann mach ich halt kurz Wechsel lieber Wechsel lieber Oh Cheap Alter, ich mach grad gar nichts Sag tschüss Cheap Der war ja voll binig Ich hab gar nichts gemacht, der macht auch nichts Nur weil ich mit meinem Stock was ausprobiert Ja Ich schwör, schieß da gleich mit Waffe drauf Wenn du da wechselst, ich schieß da noch Ich schwör, damit müsst ihr das Tag Team geben Wir beide so nehmen Waffe Ja, ich hab da gebs mehr Das wär echt geil Das wär echt geil Fang und Lars, ein perfektes Team Ja, übel Ich schwör Fang und der Alte, wenn schon Team Nein, schon Team Komm Team, geht ja noch Los geht's Den Fik hier jetzt alleine Ok, das will ich sehen Komm Fik du hin Alter Ich glaub du musst gleich wechseln Ja, verloren Ja, doch nicht Ich hab dir den ausgerettet Ja, aber So Übel mit Los geht's Los geht's Los geht's Los geht's Wenn du das jetzt nicht gemacht hätt, dann wär's weg Ja Jack und Ok Jack und Jack und Ja, die Fans können auch lesen Echt? Nein Musst du Könnt gelesen da draußen Jeder fragt jetzt so Nein Ja, wenn du behaupten schon mit Tabukunde Ja, von dir Hol' ich diese Muschi-Punk Oh, wechsel, wechsel, wechsel Wechsel doch Wechsel doch Jetzt wechsel du Fik Ich dich Alleine Ja, sag tschüss Ja, tschau Ja, weil du nicht gewechselt hast Fuck Jetzt können wir fett wieder neue Kleidung gehen Das kann ich ausschneiden Ein Dreck Spock Traurig Ja, mach Einfach X drücken, dann kommt es schon automatisch Der speichert das immer welche Kleidung du willst Guck Ich geh Zu mir Tricks fertig Und diesmal wechsel du Ego Ok du Und das Ok Also mich hat mir ein Trick gezeigt Wie man W-Lan passt Das musst du jetzt überall Ja Einfach X Hä, du hast doch selber gewählt du Fisch Ja, Einfach X Hast du einfach X gedrückt Ja Nein, du hast zu viel gedrückt Ja, und dann X Ja, dann hast du die erste Kleidung gewählt du Fisch selber schuld Ich hab gleich X gedrückt ohne 4 Egal, wir werden eh nochmal verliehen, so wie es aussieht Ja Ja, nicht gegen die, aber später, da willst du sehen Wie? Drück doch weg, Mann Drück doch Jim weg, Alter Ich drück doch weg, das geht nicht, wenn du nicht drückst Die zwei Feinde Ja Wer kommt jetzt? Paul Ich wollte sagen, Paul und Christina aber Paul war richtig Ja Also Hau drauf Das kann man nicht einfach normal spielen Oh du Boah, ich hab voll das Piksen im Ohr an Wechsel lieber Mmmh Ja, wegen mir verkacken wir schon Ja, tschau Ja egal, dann kann ich mal Nein, wechsel Wechsel Hier, wechsel dich doch selber ein, du Mami Ja, nachher pflänzt du Ne Ja doch Ne Jetzt scheiß auf Die können immer voll schnell wechseln Ciao Ja, immer schnell wechseln Ja, immer schnell wechseln Ja, drück den Schmuck weg Ich hab getrickt, du Wichser Ja, jetzt lass ich dir aber nicht mehr Queenie hier Hallo, wir verlieren eh bald Na und? Was, Na und? Da können wir gleich nochmal wählen wegen dir dann Guck mal, das passt nicht, Mann Was? Die Bilder meinst du? Ja, und Gleiten Boah, ich hasse den Shah sein Liebling Ja Ja Shah Shah sein Liebling ist, kam zu ihr Guck, jetzt kriegst du ihn Oh, ich mach hier voll wie Experiment Boah, du dummer Fächse Bevor du verlierst Shit Alter So ein dummer Hurensohn Geh verrückt Verlust Du kannst du auch so was draufdrehen Shit Kurz ungenauht Shit Shit Wie viel der Freund ist jetzt eigentlich? Vierte Fünfte Vierte Fünfte Vierte Fünfte Guck mal gucken, weil 6. fängt schon an Was? Du wirst sehen Was? Geh verrückt Vierte Fünfte Ja, Mann Das gibt's erst seit Tekken 5 Ja, Mann Das gibt's erst seit Tekken 5 Das gibt's erst seit Tekken 5 Ja, Mann Na klar Jetzt schreibt Schafe unten hin Doch letztens ich Ja, dann sag ich ja, ich auch Also Scha, wenn du dir das rein ziehst Was er eh nicht macht Ich wechsle, hier, komm rein Was? Warte ich nicht Wenn du jetzt verlierst das Klammer Du homo Schwärts nicht Du homo Schwärts nicht Was ne? Miii Ok Ich wechsle, das versteht jetzt keiner Ja, weil das nicht verstehe Mach 4eck 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 Geh rüber und rück ins X Nicht gleich Ja, du Hungernsohn Dein Vorder Dieser Part ist erst ab 80 Guck Nein, ich muss jetzt nochmal drücken Wegen dir, du Stell dir vor, da guckt so ein Minderjähriger unser Teil Ja Danach, der denkt so, ey, ich darf das nicht Das wär echt traurig Ja, Mann Komm, lassen wir jetzt unsere Show Was für Show Was lachst du? Guck, das sieht doch schon viel besser aus Ja, Mann Warte, Brian sieht viel übel aus Guck mal, fett Epic-Wild Ja Jetzt bin ich der Erste, der trifft Nein Zu spät Du, Mann Hier, Schnurgen Ich bin Jetzt wirklich zwei alleine Einen Scheiß machst du Guck mal, der gibt dir schon wieder ihn Ja, weil der besoffe ich halt Was lügt mich denn? Der spürt die Schmerzen Mann, ich muss immer meinen Du nimmst so die Spannung von den Fans Ja, damit du verlierst meinst Okay Ciao, dreifach Ganz einfach Schön hat dir wieder den Arsch gerettet Alter, ich fick Gleich mach mal 1 gegen 1 Tumor So, mach deine Fresse jetzt Ja, okay, reicht schon Ihr habt's gehört Neues Video Von mir gleich Stolz Ja, übelst Stimmt, Mann Das hat doch abgebrochen Ja, Mann Traurig Ich geh heute nämlich WLAN-Passworte Ja Jetzt auch drauf Pass auf, der ist gefährlich Was macht? Wow, das ging nicht Wechsel Ja, fetter Guck, ich drück so zur Seite Das geht Guck, jetzt macht er sein Jahr zu lang Kombo Was, 4 Jahre lang? Oh, lass mich auch mal treffen Komm, den Trick Wow, hätt ich noch ein Kombo gemacht Alter, übertreib mal Nicht, ah, hätte es getroffen Ja, jetzt haben wir verloren Weil du wichser dich einwechseln Du Fisch Du Steck Alter Oh, Mann Drück Start Jetzt können wir wieder Jetzt drück nur X Okay, du, Mann Wieso steht da 100 noch was? Das ist was anderes Das ist schon 14 Minuten und 40 Uhr Kürzer Alter Das ist voll der Scheiß Das ist so lange dauert Das haben die Scheiße gemacht Was? Hätten die einfach 3-Kreis-X-4-Eck gelassen 4 Kleidungen Ja, bei 10 Kleidungen 3-Kreis-4-Eck-X oder was? Ja, und dann R1 Ja, das sind immer noch 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ja, und hier Ja, genau, so willst du Kleidung wählen Ja Und mit was gehst du dann X und X? Hier Ja, okay Was dir schwätzt Das fäge ich jetzt Den hier werbung Jetzt haut drauf, Alter Verkack dich Alter, ich mach das Oh, Mann Es war einer Der berühmten Boah Der berühmten Reinscheißer Scheiß nicht Und ich knallt gegen unseren Ländleimow Ja, jetzt wird es wirkt Wir treten Übertreten Jetzt reicht's K跑 Alter Komm wechsel wechsel alter wechsel alter jetzt hab ich verloren okay jetzt ist gleich stopp ich wollte wechseln ja okay ich schwöre ich wollte wechseln reicht schon jetzt hat der kreis ich weiß doch du fisch du Hurensohn was für ich was war musst du ich bin für die leute unter 18 auch zuständig wie alt bist du noch mal so alt wie deine mutter ja okay dazu sag ich nix guck mal bei dem auf den kanal was für ein geburtstratum der eingegeben hat falsch ist ja ja ich so ja ja da kommen so Pisser rein ja so Pisser guck mal ich hab den fast alleine die haben wenigstens einen klick alter ich fick die jetzt alleine alter ich hab zwei Abonnenten schützt nicht ja und wieviel klickst 2 ja null du fisch alter du scheiß Fischer als Mann alter kannst du auch mal ne du Fisch alter ich mach dir jetzt alleine kaputt ja voll alleine kaputt gemacht du Ego alter ich schwöre ich brauch gerade eine kannst du dich selber nicht einwechseln du Hurensohn warum wechselst du nicht wenn du brauchst du Fisch ja du Schwuchtler ja zu mir sagt der Schwuchtler und drauf wäre deinem Letzby alter wo lebst du alter auf Planeten Mars alter ja er schießt was dagegen du Schwuchtler ja das glaube ich dir sogar nur weil es auf Erde kein Fernseher gibt ja traurig ich hab nen fetten was gefiegt ok jetzt leg mal Kippe kurz zur Seite und jetzt haut drauf und wenn du wenig Leben hast wechseln ok ich bin ich okay mach einfach hat und so klappt es bei dem weil der sich schützen kann ja ja also weil es ist ja bei dem Gegner vom Verkacken ist traurig hat und ich will den noch bis ja wie lange noch perfekt das Teil der Musil zu sehen ja kein Problem sowas kriege hin Dank meiner Vorarbeit. Ja, übel. Du, Jupp. Das heißt, du, Jupp. Du hast gepackt, das Alter. Ja, okay. So am Krage. Boah, das ist mein Gegner. Boah, was ist der Hurensohn nicht. Ich habe Ciao gesagt. Nee, komm an die. Und ihr lag da. Und wir haben euch nicht geholfen, damit ihr mal selber lernt. Ganz einfach. Traurig. Wer kommt am Ende nochmal, der eine? Jun, Handlung. Boah, nee, Alter. Die wird richtig hässlich. Ich weiß. Kämpfen wir doch zweimal gegen die. Ja. Boah, das ist voll geil. Guck mal, wir passen per Räder. Ja, übel. Boah, der Ficky. Okay. Schade, dass der nicht Boss geblieben ist. Der war schon gut, der Boss. Haut drauf. Alter, bei denen darfst du mich schützen. Oder die. Fehlt nicht viel. Ich brauche die Hurensohn. Chill doch. Ich wollte dir einen schieben. Oh je. Steh auf. Träume nicht so viel. Alter, man konnte sich nicht. Boah, der wollte wegfliegen. Ja, geh. Und nochmal. Und nochmal. Boah, schade war's. Schade war's. Scheiße war's. Traurig. Mach mal, komm. Okay, komm. Ich wechsle. Verpiss dich da, Alter. Hau drauf. Oh nein. Pass auf. Du Fisch, Alter. Alter, wie oft wir wegen dir verkackten, Alter. Macht da nix. Ja, gar nicht. Wir haben nur maximal eine halbe Stunde. Und normal brauche ich 14 Minuten für einen. Stoll. Ich mach immer zwei Leute in ein Video. Wegen dir wird's nur einer. Schon wieder. Alter. Das ist eine Info an jeden, der sich traut, mit mir Tekken zu Let's Play. Lärmt. Wow. Ich mein nicht nur dich. Ja, ich brauch das. Die anderen wissen schon. Die anderen wissen schon, wer es ist. Ich schwöre, ich muss das spielen, Alter. Ja, musst du auch. Immer aber. Ja. Anstatt MW3 einfach das andere. Das hier. Los geht's. Und auch gleich drauf. Zweimal vorne drei. Gleich duft. Siehst du, das klappt. Das war eigentlich falsch. Aber das hätt gepasst. Alter. Jawohl. Komm, no, no. Ja, treu. Du hast auch getroffen. Und eins. Zwei. Du, ne. Ja, jetzt hätten wir dich gekriegt deswegen. Und du hast schon wenig Leben genug. Du, 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 nur, du. Ja, reicht schon. Jetzt ist die Hole dran. Was für Hole, halt die Fresse, Alter. Was für was passiert mit dir? Was passiert mit dir? Oh, nein. Hilf mir. Geh. 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 Ja, ich tue. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin alleine geungt, Alter. Und dann soll jetzt jemand sagen, ich bin schlecht. Okay. Galt einfach. Sorry, wir hatten Audio-Probleme, aber jetzt kommt eh das Ending von Brian. Das Beste. Ja. 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 Ciao!